So Freunde, ihr hört gerade ein bisschen Kaltoriochüpf essen, wie man hört, und ja, wegen meinen Gehen unter Dingsbums, aber es ist wieder ein Dino ausgebrochen, heilige Maria. Alle öffnen, ja, komm! Oh Mann, es gibt's doch nicht! Oh, ja. Oh, danke. Ah, gut. Ich krieg die Sterne doch im Moment nicht hoch, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, starke Heilung ist abgeschlossen, aber... Nein, wir müssen... Hm... 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 Mal... Hm... 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 so dann haben wir noch mal extra stromzaun davor ja der gewinn ist natürlich jetzt dadurch ein bisschen runter gegangen gut der ist jetzt am schlafen ja das heißt wir können wieder hier aufmachen also so gefahr vorbei leute die gefahr vorbei abholen lassen und dann hier rein so wo ist denn der andere nicht da das heißt der lebt nur alleinige das ist ja auch nicht schön und das wird er vielleicht sauer dann bekommt er noch ein so 708 bei das ist das hier das hier im moment ist mein gewinn auch runter gegangen so wir haben fünf dinger die aufgeführt werden alter moment reagiere auf nachschub anfragen da und da dann team nummer zwei also einmal da so viel haben wir genau und der fünfte ist dann hier das machen wir gleich so wie geht es geborgenheit ja ja ich weiß das mal sehen wie alt bist du denn eigentlich jetzt hier brauchst du dir noch jemand alter 49 lebenserwartung 52 wasser ist essentiell und ihre dinosaurier brauchen reichlich davon so hat er ja auch sich nicht um ihre bedürfnisse und so wasser haben die doch ganz viel so hallo fühl doch das hier mal auf ja ach so ich brauche allerdings aber wieso ist denn öffnen na nicht öffnen ich würde jetzt mal wieder ein ausbruch hier ich würde jetzt mal ein bisschen hoch kommen hier mit dem stern und überhaupt wir waren auf über drei komm mal etwas ach ach na ja na ja na 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 wir haben jetzt einmal da Strom gemacht hier einmal Strom so das hier irgendwo nochmal ausbrechen machen wir da auch Strom hin ok Moment Aufgabe erhalten jetzt wird er da durch Ausbrütenfähiges Schlagen, na toll Die sind gefährlich, die brauchen dann doch noch mehr Sicherheit Lass ich das erstmal hier Äh, bist du schon wieder fertig? Nein Oh weia Der ist abgehauen Ach der, ach der Dicke Ach das ist doch nicht wahr Warum ist der denn abgehauen und wo ist er dann durchgekommen jetzt wieder hier? Äh Zaun kaputt hier Da hat er sich durchgemogelt Präparatur-Trupp unterwegs Hallo Moment, Moment, Moment Moment Warum drehen die da nicht alle durch? Nehmen sie den Auftrag an, ich habe das Gefühl er wird für uns beide langfristig wertvoll sein Ok Ok Rainz hat die Planung verbessern Wir sollten uns intelligent erweitern und eine Welt erschaffen die auf die Bedürfnisse der Dinosaurier zugeschnitten ist Gut Haha Dich haben wir noch Ja 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 So Moment Der braucht mehr Geborgenheit, vielleicht schafft das der ja Ja Äh Raptor, den lasse ich einfach mal Den lassen wir verhungern Können wir doch verkaufen, ne? Im Moment Warte mal 43.000 verkaufen wir, komm Unterwegs um Produkt einzusammeln Ja Die sind immer mit zu gefährlich, die brauchen andere Zäune Die ich aber noch nicht habe So Den lasse ich erstmal so lange Nein Quatsch Geborgenheit 29 Ja 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 Hoffen wir mal, dass der jetzt eine da rauskommt 41 haben wir erstmal noch La 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 Ähm 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 Ja, wo kann ich die denn noch nachentwickeln, ey? Ähm Niedrige Gesundheit Bei wem auch immer Gesundheit 100% Moment Hier liegt noch eine außerhalb Ähm Abholen Hier reinpacken Produkt wird eingesammelt Na 141.000, Alter, mein Gewinn geht runter, mein Bei dir mal hier ausbrechen, ey Okay Ah Okay, Teamplanung auf die Rehensaktion, warte mal Ähm Gebäude Was Ähm Gebäude Regensaktion Das will er haben, ne? So 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 Ähm Da brauchen wir Zwei 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 Zentel Zentel Zwei Zentel Ähm Zwei 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 Ein Forschungszentrum gebaut, äh, das halte ich, müsste dann auf einer anderen Insel auch noch eins bauen, dann haben wir zwei. So, den lasse ich jetzt mal frei. Ähm, den müssen wir nur kurz woanders hinsetzen. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Was ist mit dem hier? Ja, der kann auch dahin gehen zum Wasser und Essen und alles, wieso macht er das denn nicht? Seltsam. So, Rechterteamplan ist abgeflossen. So, oh, Alter, wir müssen wieder aufhören, ich glaub's ja nicht. Oh, 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 oh. Bestätige Nachschubanfrage für Futterstation. Da und da. Okay. Ähm. Wieso ist der denn in Panik? Keine Ahnung. Bei denen sieht es gut aus. Bei denen sieht es auch gut aus, aber bei den anderen nicht. Und der trinkt doch jetzt. Der fühlt sich hier nicht wohl. Ha. So, jetzt müssen wir das anwenden, dieses Abdings hier. Bei der Regenshaftation. Treffsicherheit haben wir. Wo ist denn Teamplanung da? So. Ich war hierbei etwas unsicher, aber Sie haben mich überzeugt. Ja. Äh, bitte was? Moment. Hm. Abholen. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Und irgendwo ist kein Strom. Wo ist auf einmal kein Strom mehr? Die haben kein Strom. Ach, Zaun-Defekt. Alter, was ist denn los mit denen? Ah. Bestätige Anfrage für Reparaturtruppen. Produkttransport wird durchgeführt. Anfrage bestätigt. Okay. Dann bringen wir den halt woanders hin. Der fühlt sich da nicht wohl. Dann kommt er erst mal hier. Helfen darf nochmal. So. So, wir brauchen Strom. Warte mal. Wer hat denn jetzt hier kämpft um? Der ist aber noch da. Transportiere Produkt. Ähm. Ach so, weil wir hier vielleicht. Sicherheitszentrum. Der hat doch auch. Hä? Wer hat denn da kein Strom? Oh, der hat's da hinten da was. Hm. Na gut, dann gucken wir mal. Ähm. Ach, Mann. So viele Aufträge gibt's nicht jeden Tag. Schauen Sie ihn sich mal an. Ja, ja. Oh, Mann. Ich brauch hier. Ich bin kein Held wegen der Dinge, die ich für unsere Besucher getan habe. Ich nenne mich nicht so. Nun ja, weil ich das nicht muss. Jeder andere hätte dasselbe getan und sich so verhalten wie ich. Nur haben sie das nicht. Doch ich habe es getan. Ich habe gehandelt. Heroisch. Ähm. Hm. Produktzustellung bestätigt. Verstehe ich nicht. Wo ist denn hier? Ach da, benötigst du. Äh, was? Wieso denn das? Ja. 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 Na gut, dann machen wir hier nochmal einen hin. Äh. 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 Ah, Zaun. defekt, 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 das kann doch einfach jetzt nicht wahr sein ey. Dieses Vieh, jetzt ist es da ausgebrochen. Das gibt's nicht mit denen ey. Sicher zu sein und sich sicher zu fühlen sind zwei Seiten derselben Medaille. Dank ihnen geht beides. Gute Arbeit. Ja, gute Arbeit. Laufkommen. So. Hallo, betauf den doch mal hier. So. So. Verkaufen wir den. Der macht ja nur Ärger mit. Ah, so. Hier redet der Team. Trupp reagiert auf Reparaturanfrage. Ja, mach mal heil. Okay, wenn ich jetzt auf eine andere Insel auch ein Forschungsteam mache, dann müsste ich ja eigentlich neue Zäune machen können. Aber es heißt ja bei zwei und eins geht dann nur auf einer Insel. Forschungszentrum. Das brauchen wir. Gut, ich versuche mal äh. Produkt wird transportiert. Ja, schön. Ich äh. Speicher das mal eben. Und dann gehe ich mal auf die andere Insel. Dann baue ich da mal so ein Dings hin und dann müsste ich ja eigentlich das andere erforschen können. Dass wir äh, äh, stärkere Zäune mal kriegen. Hier haben wir jetzt. Geht so nicht weiter. Hier haben wir diese Ausbrecherei. Ähm. So. Dann. Ah, tüsen wir mal hier hin. Da 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 da. So. Moment, 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 Moment. Wir brauchen 4 From Stingsbums. Oh Backe, stimmt ja, hier haben wir nicht so viel Geld. Hier brauchen wir 400.000, Halleluja. Wie soll man das hier kriegen? Ah, Mann. Anfrage bestätigt. 2, 1 ist aber sichtbar. Wo ist denn Nummer 2? Keine Ahnung. Achterlauftierung. Gesundheit 3%. Okay, der ist... Der ist nicht mehr zu retten. Kein Problem. Der ist nicht mehr... Gut. Ähm... Achso, jetzt habe ich da ein Strom-Dings genommen, anstatt normale Zahle. Naja, gut. Ah... Ja... Toll. Wie soll man hier jetzt was machen, kann man aber kein Geld haben. Das ist echt toll. Wie soll das gehen? Wir können da nichts machen. Wir können kein Dino ausbrüten. Na, das ist toll. Ich kriege die Dinge ja nie fertig, denn wenn du hier auf dieser Insel gar kein Geld hast, ey. Wie soll das denn gehen? Na... Na toll. Hier geht gar nichts auf dieser Insel. Ja... Na... Ah, toll. 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 So, ich mach dann hier erstmal eine Pause und dann mal gucken, gehen wir uns auf der anderen Inselbeuch dann wieder. Hier, glaube ich, kriege ich so schnell nichts hin. Also, bis dann. Bye, bye.